was und willkommen zurück bei Hunted um hier ich würde auch mal eine Ansage machen nein noch nicht ich habe kein gar nicht weiter hätte jetzt Angst gehabt aber kleine ich sag ja nicht irgendwo sind bestimmte Badmins Höhlen und dann hast du nicht gesehen die Batcave ich würde gerne mal meinen Zauber wechseln obwohl ich glaube da ist ja voll das Mädchen hier von uns beiden wir haben beide irgendwie Ängste ich habe hier Höhlenangst warum nur und Ängste machen Charaktere sympathisch eigentlich das ist das Rezept für eine erfolgreiche ich wollte eigentlich auch einen neuen Bogen haben oder so die Suche beginnt auch mal ein kleiner aber beim Mann ich habe doch 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 da oben mehr stimmt fünf von zwei und treuzig ich werde euch mein Leben ich komme hier wieder raus tatsächlich so ein bisschen aber wirklich nur ganz ganz gut oh Gott schreck mich nicht so das tut mir leid du würdest ja auch eher was kaputt machen können also um um die nächsten beiden werden ich dir komm ich kann doch ehemal und schon daneben aber ein Schuss ein Treffer und wo kommt er denn jetzt oder weggerannt Verzeihung was ist das denn für ein Lashie was ist das denn für ein Lashie ja ich weiß, ein Schuss und weg sind die Dinger, also ich glaub wir sind grad ein bisschen überpowered hier eigentlich mein erster, meiner jetzt kannst du warten bis der fertig ist mit Labern hehehe okay, Suche an den Katakom, bla 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 so kam ich hierher, um sie zu töten ähm wo sind meine Untertitel? tja ja, ein Taforakrieger, so werden wir auch mal enden die Höhner, ah nee, die Höhner hm, haben wir auch nicht viel mitbekommen die ihr meinen Kampf fortführen mögt die diese üblen Vagarbästchen töten mögt seht dort wo das Feuer ewig fällt dort könnt ihr erkennen, wo ich meine Schätze verborgen habe mhm verwendet sie wohl okay der hat uns grade nen Tipp gegeben, wo wir ganz viel Scheiße finden, ne? ja da wo das Feuer ewig was? ewig brennt ah, ewig brennt ich hab eher äh, ewig fällt oder so verstanden ja, ist auch ewig fällt also im Prinzip aber eher wo ewig ach so, das ist der Typ hier grad draufhauen geht's ihm gut, ja? sollen wir ihm mit der Haus helfen? ja, hier okay, dann nicht jetzt hab ich wieder Untertitel ja, super ist das schön kannst du ja noch durchlesen? ja, guck mal runter guck mal ganz schön was die sind hier wirklich am ey ja, genau, schieß mal drauf je, hier sind hier ist Ungeziefer auf dem Boden was machst du da eigentlich? ich will denen helfen du solltest nein, komm komm, wir gehen hier weiter nein du kannst auch gerne da runter springen, wenn's möglich ist okay oh Gott, ich bin voll schlecht im Zielen grad hier zack da hat man schon mal so nen Hightech-Bogen und dann sowas Anni hier hat sich grad jemand gesagt, dass er meine Augen fressen will Anni vielleicht will ich gar nicht mit dir mithalten ja genau, jetzt komm endlich her ich hab Angst ich wollte dem Menschen doch nur helfen oh Gott hier fällt das Feuer links oder rechts ich schieb hier erstmal, ne? ich hab Angst so, dann schieb mal weil hinter dem Tor kam meinte jemand der will meine Augen fressen das fand ich nett das hat mir Angst gemacht ja so ein bisschen oh das T-Shirt ich hab immer gesagt, hier fällt hier fällt das Feuer ja, Tatsache achso, dann mach du mal das Ding dann kaputt auch nicht ja und, 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 schneller Bogen ja, schön, aber so viel Damage macht er nur auch nicht mehr oh ich bin aber da so keine Ahnung immer viel zu anspruchsvoll oh nein, was ist das denn denn schon wieder siehste, war gut, dass ich schon ein paar abgeschossen hab hier wer bist du denn? verzieh dich lauf weg los lauf weg genau, genau lauf bei der Tür so viele werden da jetzt nicht kommen, ja sorry nein, so viele werden da nicht kommen gut oh ja I like schwer, nice fuck I don't I don't like oh Gott ähm nimm bitte wieder die andere Fähigkeit den Blitz da Mann ich frisse deine Augen ähm, friss mal äh, warum sag mal bist du dämlich? oh Gott könntest du bitte ich mag meine Blitze, ganz ehrlich ich liebe deine wo haben die denn gerade noch hergeschossen? da hinten ist noch nee, ist keiner mehr doch, da kommt der Hähnchen ein Konkurrent noch oh fuck, ich hab keine das Mana-Trank grad getroppt ich weiß nicht, falls sie den Braus ja oh ja, Mana wir können ja übrigens auch, äh, schön in Deckung gehen weil da kommt grad noch ohne Ende Party People au oh, aber die mit dem Armbrüsten hier sind eigentlich relativ gechillt oh Gott, ich krieg ja echt grad irgendwie ah, da hinten ist einer Bastard hoch, aber das sind grad nicht getroffen hat der grad der schießt jetzt durch die Wand auf mich das ist unglaublich wo dann? na hier, hier hinten au, der trifft mich sogar ey, jetzt reicht's ja, da muss man doch mal hinrennen, ne? oh, jetzt kommen da hinten noch mehr ich, du geh nicht mal eben oh, ist okay der ist auf jeden Fall stärker hier, da oh, sag mal du kleines Miststück hier oh Gott was, jetzt willst du auch noch meine Beine abnagen? sag mal ist jetzt mal gut ach da, oh Gott, wenn ich die mal sehen würde hier bevor sie mich töten so, jetzt bleib ich aber hier hinten, ey okay ist das mal gut hier? ach, jetzt kommen die auch noch, ey hatten aber schon einen scheiße scheiße, 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 scheiße ich würd gern mal meinen Zauber aktivieren genau, den wollte ich jetzt sterb! Mensch warte, 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 warte ne, ich wollte eh noch nicht durchrennen hm, hat sich jetzt voll gelohnt ich nehme erstmal so'n Teil ach so liegt da hinten noch irgendwas? äh, hier ist grad ein Schild mit 300 aber ich glaub, hast du bestimmt auch schon ja, hab ich gerade aber sonst so, geht's da noch irgendeine Seite? ne, da war dann auch nur noch so'n Halterung, wo ich jetzt einen schönen neuen Bogen hab und ja hier geht's hoch? hoch ach so du kannst hier oben umgucken, ob du irgendwas schönes noch findest ich geh, ich geh hier mal nur oben oben hin, ja, hier liegen noch Pfeile, falls du brauchst ne, ich hab schon voll, hier liegen auch noch welche oh gut, dann gibt's hier glaub ich auch kann ich hier hoch? ne, kann ich nicht, dann komm ich runter du, buch Hälfte vom Leben weg natürlich nicht oh, na gut, dass du schon einige getötet hast oh, was kommt jetzt? mehr Gegner? wie du überraschtest jetzt? oh, warum haben sie denn schon wieder Schilde? das find ich schon wieder viel zu anstrengend ich hab ja eigentlich so'n Anti-Schild-Teil also, dass die die eigentlich trocken können also, aber irgendwie man, hallo? könntest du bitte mal deinen Zauber hier wirken? oh Gott, ich bin voll schwach, was Nahkampf angeht I know oh Gott jetzt geht's hier wieder los, ne? ja, ihr wieder Mann! Kacke, ich brauch demnächst mal nen Heiltrank oder so ich weiß nicht, du vermutlich auch? oh ich würd mich gerade freuen hey, mehr Gegner der sieht ein bisschen böse aus ich schieß mal auf die kleinen oh Gott, ich brauch hier irgendwie ich komm, ich komm, ich komm, ich komm oh Gott oh, er ist gleich weg komm, noch einmal, komm schon oh Gott sei Dank drei Mana ist leer oh Gott ja, Mana ist alles schön, nimm dir den scheiß Trank geht's? jo gut wiii, das wollt ihr schon wieder unsere Augen fressen, hm? was soll denn das immer? wieso wollt der immer unsere Augen? willst du auch wohl leben oder so? wieso ist das nicht so dummste? jetzt ist die Frage, wo wir hinmüssen der will uns da langschicken das heißt, wir gehen erstmal woanders gucken ah ne, da kamen wir her geh ich mal da hinten gucken hier gibt's ne Tür also hier würde ich grad hier so rum hier ist auch ne Tür Gott, Tür meinst du da hinten links? ah doch aber, kann man hier durch? ne, wahrscheinlich nicht also hier kommt man nicht durch ich glaub ja, wir sind in der Mitte durch, aber ja, aber gab's, konnte man da hinten durch? ja, konnte man ja? ja bei dir nicht? bei dir nicht? dann hier, dann hier lang, hier lang huch, Gott gut gemacht voll gegengewamms oh Gott ganz ruhig jetzt hier oh, oh, oh Waffe ah, Pfeile who needs Pfeile? ich? ach, jetzt auf einmal? ja, jetzt oh okay, ich bekomme das aufmachen oder so oh 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 ähm, könntest du bitte in die andere Richtung oh, jetzt habe ich natürlich keine Manner Gott oh, wenn wir von beiden Seiten kommen, ist echt gut ach ach es ist hier dunkel mhm hier warte, ich habe Licht warum ich das habe echt? ja oh, magische Waffe nur eine? ich glaub da hinten geht's ne, da kommen wir jetzt hier möchtest du? ja oh, oh, ein Schwert, oh Gott, ein Schwert was besser ist oh Gott, davon habe ich immer geträumt weil er bekommt ja sonst immer nur Äxte und Keulen, die alle total langsam sind aber da ging es nicht weiter, ne? ich glaub nicht, ne oh, oh, jetzt bin ich glücklich jetzt bin ich, jetzt, jetzt bin ich, jetzt kann das Spiel nur noch gut werden und da hinten bei dir ging es überhaupt nicht weiter, oder was? ne, die ist verriegelt gewesen wir können gerne nochmal gucken, aber huch die war verriegelt gut da liegen nur noch Pfeile und hier, ah, wir können auch noch hoch hoch wird's jetzt auch noch ach, da liegt noch einmal, kann das sein, oder? eh na, dann mach mal viel mehr gibt's hier, aber hier ist noch ne Tür da kann man auch durch scheiße in der Mitte müssen wir dann lang, übrigens ja, aber hier oben ist noch ne Tür ja, ruhig, komm mal ich bin mal so frei, ne? auch so viel Kohli mit den Tüten dann hier oh, okay hier ist noch ein Heiltrank, falls du brauchst ja Ja, 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 schnapp ihn dir. Aber ich glaub, mich nicht gleich heilen. Hier geht's nicht weiter. Wir sind so fleißig, dass wir uns hier immer umsehen, ne? Okay, in dem Spiel wären wir... Ich glaub, das muss ich echt nicht nochmal machen dann. Was? Das ist total sinnlos, den Typen zu einmal anzudingsen hier. Wieso? Aber du kriegst doch auch noch einen. Ich könnt grad nichts direkt aufnehmen. Sicher? Also es steht dann zumindest nicht da, irgendwie. Ja, ich warte hier jedenfalls jetzt in der Mitte. Höhöh, ich helfe dir doch gern. Ich kann mich teleportieren und so. Ah. Ja, Licht. Ah. Ah. Na, was wartet da jetzt? Nix. Es sah nun gerade so aus. Da ist jemand im Käfig. Super, Menschen im Käfig. Wir gehen jetzt mal hier lang, ne? Ja, ich hab ja Licht dabei. Huch. Hey, warte. Oh Gott. Hier ist jemand. Aber ich weiß auch nicht, wie wir dir helfen können. Oh Gott, ich hab grad mein Licht ausgemacht. Ich will wieder ein Licht haben. Da nie. Warte, ich will eben. Und dann... Ich was? Da hinten. Hörst du da was? Oh Gott. Was ist das? War das ein Dino? Das war garantiert kein Dino. Der sah aus wie... Achso, übrigens, hier. Kannst du mal bitte das denn hier zerstören? Wo? Das hier? Ja. Heiltrank? Hä, warum sollte ich das zerstören? Weil ich sonst immer mein Licht verliere, wenn ich irgendwie umschlage. Achso. Brauchst du noch einen? Oder darf ich ihn nehmen? Eigentlich schon. Ne, ich kann's nehmen. Gut. Ich könnte mich ja sonst noch heilen und das dann... Das hab ich auch gerade nur gemacht, deswegen... Achso, okay. Aber kann ich das hier kaputt machen? Ne. Ich... Ja gut, dann kommen wir da wahrscheinlich nachher irgendwann hin. Gut, gut, dann folge ich dir mit meinem Eisschwert. Ich kann sie nicht anzünden. Oh, warte. Hier liegt wohl ein ganz besonderer. Jetzt kannst du dich heilen. Ach, nee. Was denn? Das war nur so ein kleiner und ich hab mich gerade in den Blutom gehalten, bevor ich da hingegangen bin. Wie, das war nur so ein kleiner. So ein kleiner, die heilen instant. Echt? So was, gell? Ja. Gut. Oh. Siehst du auch, dass da alles gerade entflammt wird? Mhm. Musst du die andere Seite auch noch entflammen, oder? Achso, ist schon. Ich hab die nicht eigentlich automatisch, ja. Gut, ja, ist schon. Okay, warte mal. Ah, okay. Hä? Achso, warte mal. Jetzt soll er noch werden, während das hier brennt, oder wie? Ja, aber wie kann ich das gerade nicht nochmal anzünden? Oh, na super. Komm, ich hab doch Licht dabei hier, ist doch nicht hierzu. Oh. Achso. Oh, jetzt ist doch. Ja, so viel zu dem Thema. Hier ist noch eine verzauberte Waffe. Oh, okay. Gönn dir. Oh Gott. Oh, schon wieder so ein schöner, langsamer Bogen hier. Der ist eigentlich schwächer als meiner, aber auch so okay. Okay. Folgen wir mal dem Licht. Oh Gott. Wie, wir folgen dem Licht, wo bist du? Ich folge mal dem blauen Licht. Gut, das ist weiter geradeaus. Ja. Okay, feiner. Oh, Licht. Licht. Es wird hell. Können wir runter? Nein, können wir natürlich nicht. Wir können nur hier runter. Oh Gott. Ich will da nicht runter. Geh du vor. Hui. Oh, Geld. Ah, Gott. Für so einen Scheiß verschwende ich jetzt hier mein super verzaubertes Ding. Das ist doch schön. Spare ich mir wenigstens von der Manna. Geht's dir gut? Jaja. Läuft, läuft. Oh, hier liegt noch ein Toter. Aber ich glaube, das bringt echt nichts, wenn wir beide jeweils einmal aufnehmen. Das steht immer nur einfach da. Genau, deswegen meinte ich, er steht nur einmal da. Ja, gut. Okay. Ich höre dem jetzt aber auch nicht mehr zu. Bleh. Irgendwie sind die Typen ein bisschen langweilig. Weil? Sag mir, wo meine Partnerin ist. Ach, da ist meine Partnerin. Sehr gut. Ich gucke mich um. So, hier kann man noch was kaputt machen. Ach, du gehst gleich weiter, oder was? Ach, um Träne. Nee, wir sollen hier eigentlich nicht weiter. Wir sollen eigentlich da vorne hin. Ah, stimmt. Bei diesem, durch den Schlitz können wir einfach einfach einmal unsere Fähigkeiten hier upgraden. Achso, dann machen wir das mal. War da jetzt auch irgendwas Wichtiges? Da kann man, da kann man runtergehen. Aber die wollen ja, dass wir hier hingehen. Dann gehen wir es mal runter. Ja. Deswegen hat mich das gerade... Wow. Ich bin gerade gesprungen. Wie auch immer. Gut. Dann gehen wir mal hier runter. Ui! Gott, die gehen gerade runter. Die Wager können die Gefangene nicht hier lang geführt haben. Aber wer weiß, was wir hier entdecken können. Hä, aber das tut sich an, als müssten wir hier lang. Nein, nein, haben sie es nicht gerade gehört? Wir könnten ja irgendwas entdecken, also. Achso. Du kennst doch das Sprichwort. Je tiefer der Schacht, desto reicher an Gäu. Hier ist wieder Feuer. Ja, ich habe hier Feuer. Huch, sehr gut. Ich kann doch mal nach oben gucken, wenn du irgendwo eine Lampe, die sich anzünden könnte, jederzeit bereit. Okay. Oh. Oh, da unten hinten steht irgendwas Verwichtiges. Und da hinten sind ja zwei schöne Waffen. Mhm. Die oben kommt man nicht lang. Also nach unten. Ja. Warte, kann ich auch was nicht tun? Ich denke mir immer mit so viel Anlauf springen. Ich denke mir immer so, hä? Was geht? Oh, ich bin gerade... Oh ja, wieder eine Nebenquest. Oh, das ist schön. Sie sind freigesprungen. Verstreue hier, was verbleibt von zwei, die das Feuer verzerrte. Asche von einem für immer verdammt und einem, der in sein Grab drang. Was? Okay, also jemanden töten und irgendwas anzünden. Ja, wir haben zwei Gänge. Jeweils in einem Gang werden wir irgendwas finden, nehme ich mal an, ne? Recht? Okay, warte. Ich weiß nicht, dass ich gerade nach links wollte, weil da Licht war oder so. Aber es ist hier auch... Können wir nach neuen Waffe gucken, oder? Nee, werden wir garantiert bekommen, wie die ja dann. Dann kann man zumindest noch Partner tauschen. Ich meine, könnten wir eigentlich auch machen. Dann habe ich keinen Bock drauf, mit dem Typen rumzuschwuchteln. Das ist ein Tor. Achso, es ist nur ein Gang. Gut. Kann man das hier irgendwie anzünden? Nee. Schade, okay. Ich höre es. Gut, das gefällt mir eigentlich mehr. Nee, warte, das ist eins, was ich gerade... Bist du denn du? Ach, schon gut, ich habe mir hier nur meine Waffe angeguckt. Hier bin ich. So, was ist damit? Äh, hier irgendwo lang und so? Das ist halt auch wie eine Platte. Wir können auch nicht damit interagieren, wa? Die sind aber überall vor einem Pfeil und so. Warte? Gibt's noch was zum kaputt machen? Mana! Mana! Ist das jetzt eigentlich Mana oder Mana? Mana! 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 Das ist ja nur zum Seelentauschen hier. Hier ist nichts. Das ist absolut gar nichts. Hier runterspringen, wenn jetzt... Wie gesagt, irgendwo noch ein Kronleuchter, der da nicht brennt oder so. Wannst du? Das Ding hat ja angefangen zu leuchten. Ah! Ja, da oben. Da, da. Rechts, links, da. Genau. Kann ich nicht. Brenn nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht brauche ich ja extra eine Flamme dafür oder sowas noch. Rechts von dir war noch einer? Ja, rechts und links, ich weiß. Die klühen auch. Hm. Vielleicht vorher noch irgendwo anders? Nee, wie gesagt, vielleicht ein anderes Feuer oder so. Ja, aber was für eins. Ach, da oben. Die beiden meintest du die beiden Kristanne, oder? Hm. Vor allem hier sieht man irgendwelche Andeutungen, dass es da irgendwo weitergeht, aber irgendwie kommen wir hier nicht vorwärts. Ah! Das ist ein blödes Rätsel. Das geht echt nicht. Nein. Beide nicht. Nein, beide nicht. Das werden mir nicht mehr irgendwie markiert oder so. Ich kann hier schießen, wie ich will. Also, ich bin zuversichtlich, dass ich den Dinger treffe. Also, irgendwie jetzt habe ich gar kein Feuer mehr. Jetzt brauche ich wieder Feuer. Toll. Ja, es kann doch irgendwo nicht sein. Hm. Was war das nochmal mit dem Rätsel? Es ist aktiv, meinte er. Löse das Rätsel des Buchs der Toten. Asche von einem für immer verdammt und einem, der in sein Graben. Tchuuu! So toll. Boah. Danke. Scheiße, ich weiß nicht, wir können aber erstmal Pause machen, die wir mit aufnehmen. Ja, würde ich sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal.